Tschüsschen! Hi Leute, willkommen bei Cheesy! Schube! Wir kommen zu einem neuen Hellspin-Blind-Wart, Freunde. Den letzten habe ich leider, leider Gottes verloren. Musst mir einen harten Schuss von der Software reinmachen. Seht man es noch? Ja, hier seht ihr es immer noch. Software tut richtig weh. Wir haben auch das Rad ein bisschen angepasst. Ich muss ein bisschen die Kamera verfahren. Ihr seht es hier, Freunde. Es ist der E-Schocker drauf, Shisha-Schlauch ist drauf. Differenz ist drauf. Dieses Feld, ich schwöre, ihr seid sadistisch veranlagt, ihr Zuschauer. Differenz! Klo-Wasser, WC-Wasser ist drauf, Latschen ist drauf. Software mal zwei, weil rum gemeckert wurde. Switch ist drauf, Shisha-Schlauch. Und ja, Freunde, wir können das Rad immer ein bisschen anpassen. Aber Differenz ist sehr hart. Also wenn das da drauf kommt, kannst du dich abmelden gehen. Deswegen immer in die Kommentare schreibe. Aktuell hat das Kommentar mit Differenz gewonnen. Deswegen hat es einen Platz hier auf dem Rad gefunden. Also immer fleißig was überlegen. Aber irgendwas, was wir vielleicht auch echt so entspannt überleben könnten. Ja, ganz cool. Wenn du so minimale Überlebung schaust, da ist das ganz cool. Schnick, schnack, schnuck rein, Shapeshifter gibt. Plus, oder? Ja. Sprech halt mal. Okay. Bist du blind? Ja. Und wir gehen rein. Ähm, Aufstellungen sind da. Ich glaube, es war nicht verkehrt anzufangen, sag ich dir ehrlich. Äh, ich hab die Augen zu, ich muss mir die Brille abziehen, die Maske ist so eng. Ja. Ja, Aufstellungen sind da. Die zwei. Kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Sagen wir es mal so, ne? Ähm, dann gehen wir hier rein. Capitano-Auswahl schwach. Ganz schwach. Sag ich ehrlich, ganz, ganz schwach. Ist zwar eine Hero dabei, aber eine ganz uralte Hero. Die hat schon Staub drauf. Drei. Also, Capitano-Auswahl. Wer war? Wer war die Hero? Die Natale war das. Der alte, die Natale. Der ganz alte, die Natale. Ja, der ganz alte, die Natale. Dann gehen wir mal hier hinten hin. So kann das gerne weitergehen, Freunde. Das ist eine Scheiß-Auswahl, sag ich euch ehrlich. Vier. Das ist eine Scheiß-Auswahl. Liga zwar okay, aber die Auswahl, nix besonderes dabei. So, weiter geht's hier, ne? Schön bunt gemischtes Feld. Alle Karten sind dabei. Ein Teil ist doppelt, aber du hast auch einen Shapeshifter am Start. Buh, die... Zubo. Alles klar. Und der ist immer scheiße, sag ich dir ehrlich. Ist immer scheiße. Äh, gehen wir mal hier hin. Ja, auch... Ist jetzt also... Sind zwar gute Kerzchen dabei, aber so... Das gewisse Etwas fehlt halt einfach. Fünf? Ja, will mal ohne ziehen, sag ich dir ehrlich. Ähm, gehen wir mal da hin. What the fuck? What the fuck? Geh ich rutschen oder was? Karls Gill. Ein Karls Gill. Ah, once. Hamada. 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 So, dann gehen wir mal hier hin. Und ähm... Ja, die Aus... Es sind schon schöne Karten dabei. So ist es, ne? Du hast eigentlich so bunt gemischt. Kim, Min... Ja. Zwo. Ah, da ist doch was. Da ist doch was. Kommt darauf an, was die Bank halt auch gönnt. Okay, viele Informs, aber Oneka, also sehr schwache Karten. Vier. Vier. Pareded! 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 Oh, oh, oh. Also, wir haben hier im Sturm eine Rare-Karte auf jeden Fall, Bakambu. Ansonsten, sag ich dir ehrlich, um die eine Karte haben wir gerade eine SBB aufgenommen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, so, das ist es. Gib mal wieder eins. Schwierig. Sag ich dir, schwierig. Schwierig, das war. War es gleich echt die Fehlentscheidung anzuschauen. Man weiß es nicht. Also, nächste Position, Karls Gill kommt wieder vorbei. Schau wieder, was ist mit dem Bruder? Äh, drei. Karls Gill. Wie ist das? Der Karls Gill, ja. Ach Gott, er hat es endlich so lange probiert, der Bruder. Aber jetzt kommen sie so langsam. Du hast wieder einen Shapeshifter am Start. Zwoa. Wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiges Ding. Und dann sind wir noch hier, Freunde. Das ist die letzte Position. Nur Non-Rare-Karten. Nur Non-Rare-Karten. Fünf. So, wir gehen auf Team Vervollständigen. Ich habe die Augen zu, ne? Ich ziehe nur meine Brille auf. Kamera, meine Augen sehen dir ja. Ist alles zu. Ja. Gib dir hier den Controller hin. Achtung, du machst nur nichts. Drei, zwei, eins. Let's go, Timo! Du hast natürlich das Problem, dass du jetzt in der Ausstellung viele LVs, LMs, ÖRFs kriegst. So, es ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Aber ich sage mal, Messi passt ja vorne in die spanische Liga. Da würde ich den auf jeden Fall mit reinstellen, ne? Das ist ein bisschen kritisch. Du hast ja noch einen Hummels am Start. Da würde ich vielleicht mal noch beim Hummels vorbeigucken, ne? Aber, ja, so ein bisschen Timo. Guck mal, dass da noch alles da ist, ne? Nicht nur auf die Family gehen, auch mal was anderes irgendwie wählen. So ist auch mal ganz wichtig. Und dann, guck mal, du hast noch einen RV. Scheiße, der passt da perfekt hin. Das ist gar nicht gut, ne? Ich würde noch einen Messi irgendwie reinbauen. 96er-Karte. Die muss auch irgendwo dann, äh, sage ich mal, drin sein. Du hast ja auch noch den Shapeshifter auf der Wand. Der gibt ja auch noch plus eins, ne? Ja, würde ich halt auch noch irgendwie gucken, dass ich den noch mit reinkriegen würde. Aber irgendwo ist es dann halt auch natürlich schwierig. Und du hast noch 15 Sekunden. Da musst du dich auch ein bisschen purchen, mein Sohn. Ein bisschen Gas geben. Ist natürlich einfach gebaut. Das Ding, was du jetzt hier hast. Du hast noch sieben, noch sechs, noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Und dann ist hier Ende. Schwierig, ja, aber echt schwierig. Mit deiner Premier League, ganz, ganz okay, ne? Das rumgestelle. Aber... Ja, musst du aber auch noch ein bisschen rumrudern, ne? Brauch einen Manager. Und dann noch ein bisschen auf Serie A-Manager. Nehmen wir mal diesmal die drei. Oh Gott, der fickt mich. Er hätte einen Punkt gegeben. Einen Punkt gegeben. Er gibt dir auch einen Punkt. Er hätte dir sogar zwei Punkte gegeben. Oder er hätte dir auch zwei Punkte gegeben. Immerhin. Aber das war schwierig. Ist aber auch okay. Ich glaube, 160 oder so. Das habe ich. Schwierig, glaube ich. 170. 170 ist eine gute Nummer in einem Blind Draft. Denkst du? Ja, 170 ist schon gut. Es kommt natürlich auch an, was ich jetzt kriege. Aber 170 ist eigentlich schon. Könnte ich mit Rutschen gehen. Ah, ich habe bloß einen Shapeshifter. 171. Genau. Ja, die Maui-Jungs, 171. Shapeshifter war ja noch drin. Ist okay. So quick. 1.1-Shifts wird ganz schwer. Quick-Match war auf jeden Fall auch da. Und dann wird mal nur 160. Ihr merkt es aber auch nach dem Zeitdruck. Ist echt unangenehm. Aber, okay, die Auswahl war halt echt nicht so gut. Ich hatte viele Liegen da drin. Egal. Abhaken, wir gehen rein. Du hast FIFA Points genommen? Ja. FIFA Points. Wir gehen rein. Ausstellungen sind da. Boah, schwierig. Wirklich schwierig. Ich nehme auch immer die 5. Boah. Das wird wahrscheinlich mal ein Genickdruck sein. Könnte unangenehm werden, ne? Und ich glaube, Kapitän hat auch bodenlos. Ilicic, Narej, Zisch, normale. Die 1. Boah. Und der setzt sich noch auf die Schlüsselposition. Fuck. Oh mein Gott. Nächste Auswahl. Beste 77. Ein Cudela. Ein Petro Mente. Ein Pauli. Olivera. 3. Okay, dann mit. Ach du Scheiße. Beste Auswahl. 78. Sonst haben wir einen Kono. Plia. Ein Drimmel. 4. Boah. Das wird eine Mammutaufgabe, Digga. Wenn das so weitergeht. Mies ist halt dein Kapitän. Dieser Hund. Ja? Hound. Hat sich direkt auf die Schlüsselposition bei dir gesetzt. Hat lange geladen. Wir gehen weiter. Habt ihr gemerkt, ich muss ein bisschen überbrücken. So, Showmaster ist auf jeden Fall da. Wir gucken hier. Wir haben jetzt die beste Karte, die wir am Start haben. Ist ein 97er. Wer könnte 97 sein? So aus dem Gefühl. Premier League sagst du sogar auch? 97er Premier League. Das könnte da hier so ein neuer Max Rashford sein. 996? 997, oder? Okay. Wir haben einen Zahavi. Wir haben einen Alvarez. 94er. Also ist okay. Äh, 2. Jaa, gut. Das war ein CR7. Ah. Toadie. Ah. Wir gehen mal hier hin, was hier abgeht. Ja, nichts Besonderes sind Goretzka, ein Hamschick. 4. Alles klar. Den Bruder locken wir für dich ein. Wir gehen mal dahin. Ich glaube, Chat, Zuschauer, ich glaube, ich war auch gerade gut so ein bisschen durch die Aufstellung durch. Special, alle Special-Karten? 3. 3? Ja. Okay, du bist tatsächlich blind, aber das fühle ich auch irgendwo. Gehen wir mal hier hin. Was wird hier geboten? Oha, ein Barella, ein Tillemans, wieder ein Gündo. Der will doch mal 5 mit. Jaja, jetzt hat das auch gepackt. Endlich. Jetzt hat das auch gepackt. Endlich ist er im Team. Da frei, der ist. Endlich ist er im Team. Ja, ist nix. C. Louis. Digga, das gibt es doch gar nicht. Ein Immobile. 2. Kommt auch mal ein Shapeshifter. Bis jetzt war noch keiner da. Wir gehen mal hier gucken, was hier abgeht. Nee, nix. Lido. 1. Delight. Delight. Jetzt ist Delight. In so ein Fahrwasser will ich eigentlich gar nicht mehr kommen. Ja, auch nichts Besonderes. Tut mir leid. 2. Rodriguez. Das gibt es doch gar nicht. Und das ist wirklich, ja. Nochmal, letzte Position übrigens. Auch alle Special-Karten, aber jetzt nix, was ich so groß erwähnen müsste. Okay. Ich fülle automatisch aus. Das hat hier richtig bodenlos angehört. It's for you. Nix. 3, 2, 1, let's go. Ach. Da sind wir, Digga. Also du hast ja echt ein bisschen reingelackt, Digga, was da abgeht, ne. Erstmal so blind jetzt irgendwas hier reinstellen. Eine Mané noch am Start. Aber wirkt, glaube ich, sehr viel Ölöfs, Ehröfs und so, Digga. Das ist halt echt schon müß, ne. Das wird halt echt ein bisschen schwierig, die ganzen Leute da reinzubuttern, ne. Dann hast du noch ein Mané, du hast den Narey. Ich glaube, der ist halt wirklich krank, gut, Digga. Und dein Problem ist halt, du willst dich halt wirklich jetzt komplett auf die Dinge konzentrieren. Aber es gibt halt einfach nix. Es gibt einfach nix. Du hast halt immer noch Rulli im Tor. Der wird halt einfach perfekt hinten reinpassen, der Rulli, ne. Der wird dir die Lücke schließen im Tor. Aber anscheinend sagst du vielleicht doch nicht. Oder gehe ich vielleicht doch, guck mal. Die sind perfekt, ne. Wenn du die stellst, hast du ein Perfect Link, Digga. Selbe Nation, selbe Verein. Mehr geht, als du wirklich hätten. Du hast noch zehn Sekunden, Digga. Und denk dann, das Rad heute ist böse. Das Rad kann Differenz werden. Du hast keinen extra Punkt. Wir haben noch drei, zwei, eins. Achso, ich habe mich verguckt, sorry. Jetzt ist... Es ist so schlecht, dass es zu teilt sind. Unmöglich. 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 Ich hole ab, ne? Ja, unmöglich. Manager? Nimm mal die fünf. Die fünf? Vom Ganzen rückt es heute. Ja, und vorne wären sie gewesen. Perfekt. Wir gucken mal. Der hier hätte drei Punkte gebracht. Der hätte zwei Punkte gebracht. Der hier ist auch dabei mit zwei Punkte. Ach, ich hätte Ilicic noch tauschen können, ich dir. Der bringt drei. Scheiße, ich hätte Ilicic noch nach hinten ziehen können, ich dir. Du bist ein Macher. Bringt gar nichts, bringt immerhin einer. Scheiße, Chat, ich hätte Ilicic, aber das hätte mir... Du, Koka! Koka-Ina! Weitergebracht hätte es mich auch nicht. Na, ist verloren, ganz klares Ding. Ja, 162. Haben wir eine schöne Differenz von neun. Das wäre hart. Wenn jetzt das Differenzrad zinschreckt... Ah, guck mal, wenn wir das nicht interessiert, Ilicic nach hinten ziehen würde noch. Das wäre noch das Einzige, was mir jetzt auf die Schnelle irgendwie eingefallen wäre. Aber, naja, sogar Minus. Na gut, dann muss ich das nicht ändern sollen. Das war echt scheiße. Der hat sogar noch ein bisschen gepusht. Null. Überall, versucht ihn reinzustellen. Hast du nirgends ohne bringen können? Das war kacke. Das war echt scheiße. Schwierig. Also war es doch gut anzufangen, ne? Aber Differenz, guter Call von einem Zuschauer. Wir gehen rein. Ja. Wir spinnen. Es kann hier aber auch noch auf der Switch kommen. Davon ist ein bisschen Angst. Ne? Ne? Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Eins an Differenz vorbei. Oh mein Gott. Wir haben den Elektroschocker. Ich will nur kurz drehen, ne? Wenn ich Differenz gewesen wäre, was ich tatsächlich bekommen wäre. Wenn ich Differenz zugeschlagen hätte. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Ach. Es hättet neun Softerschüsse. Ne, mehr. Es ist Softermann zwei. 18 Softerschüsse. Okay. Elektroschocker. Y war auslösen, ne? Oh, Scheiße. Das ist hart, Digga. Oh, ich hasse den. Auf 70 sind wir. Ja. 70 ist sehr hart, ne? Y ist auslösen, ne? Ach, du Arschloch. Drück doch drauf. Ich hätte auch nicht mehr entspannen. Komm, drück drauf jetzt zu hart. Hey, was drückst du da nebenherum? Stell es auf 70 wieder. Blitz es an. Das ist wirklich zu krass. Das sind Terrorspiele, Digga. Und Terror, Psychoterror ist auch schlimm, ne? Und das Schlimme an diesem Ding ist, in dem Moment macht sie da rein nicht nach. Ne, nicht nachmachen. Definitiv nicht nachmachen. Ich würde sagen, wir sind raus. Hat sich wieder gelohnt. Ich habe aktuell, ich habe eine richtige Straße aktuell, ne? Zeit gewonnen, wow. Aktuell viel. Auch im Stream schon auch. Aktuell bin ich da schon ziemlich ein bisschen weiter oben, ne? Sehe ich mich sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da spricht der Brust. Aber es geht weiter. Bis zum nächsten Mal.